Und das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017